Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Hackfleisch gemischt 2,99 Euro. Kerrygold Käsescheiben 1,49 Euro. Eier aus Bodenhaltung 1,99 Euro. Regina Toilettenpapier 5,99 Euro. Südzucker feiner Rübenzucker 1,29 Euro. 30% Rabatt auf alle Artikel der Marke Knorr. Red Bull Energy Drink 5,00 Euro. 3 x 250 Gramm Dr. Oetker Bistro 4,00 Euro. 3 x 270 Gramm Wagner Piccolinis 5,00 Euro. 3 x 460 Gramm Gustavo Gusto Pizza 10,00 Euro. Bananen 1,29 Euro. Traubenroh 2,49 Euro. 750 Gramm Mandarinen 1,79 Euro. 4 Erschale Bio Kiwi 1,99 Euro. 750 Gramm Rosenkohl 1,49 Euro. Stück Lauch 55 Cent. 650 Gramm Rispen Tomaten 1,49 Euro. 400 Gramm Champignons 1,49 Euro. 20% Rabatt auf alle Donuts und Krapfen. Döner Tasche 99 Cent. Käse Schinken Croissant 69 Cent. Bio Weizen Brötchen 25 Cent. Butter Brötchen 49 Cent. Bio Joghurt 45 Cent. Bio Mozzarella 1,29 Euro. Bio Tofu 2,19 Euro. Bio Haferdrink 95 Cent. Bio Karottensaft 1,59 Euro. Bio Salami 1,85 Euro. Bio Kokosnussmilch 1,59 Euro. Bio Eisbecher 2,49 Euro. Bio Mangostreifen 2,25 Euro. Bio Schweine Nackensteaks 3,19 Euro. Bio Rinderhackfleisch 4,79 Euro. Bio Roastbeef 2,59 Euro. Bio Rinder Hamburger 2,79 Euro. Geflügelwürstchen 2,99 Euro. Leberkäse 99 Cent. Gutes Land frische Bergbauernmilch 1,35 Euro. Schweineschnitzel 5,99 Euro. Blüte Zeitkörperbutter 2,49 Euro. Gesichtsmaske 79 Cent. Mundspülung 2,49 Euro. Flüssigseife 1,29 Euro. Bayerisches Jungbullen Hüftstek 1,79 Euro. Gemüsezwiebeln 1,99 Euro. 500 Gramm Buschbohnen 99 Cent. Bio Kräuter 69 Cent. Bayerische Putenschnitzel 3,99 Euro. Schweine Kotelett 2,29 Euro. Wade vom Jungbullen 7,99 Euro. Gulasch vom Rind 4,49 Euro. Rohschinken Spezialitäten 1,19 Euro. Hofmeier Bockwurst 5,99 Euro. Hofmeier Geflügel Wiener 2,79 Euro. Bierschinken oder Gelbwurst 2,49 Euro. Rügenwalder Vegane Pfannengerichte 2,49 Euro. Petrella Vegan 1,49 Euro. Petrella Vegan 1,49 Euro. Alpro Frucht 1,49 Euro. Endory Veganes Chicken 2,99 Euro. Seuss Biftiki 5,99 Euro. Kopenrad und Wiese vegane Torte 3,99 Euro. Pazifische Schollenfilets 2,79 Euro. Bio Eisbecher 1,49 Euro. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.